Das EEG ist eine tolle Methode, um Bewusstseinszustände des Gehirns zu erfassen und das schon seit über 100 Jahren. Das EEG ist die Ableitung von elektrischer Aktivität an der Hirnoberfläche. Das kann man aufzeichnen und dann kann man diese Hirnströme letztlich auswerten. Die sind abhängig von verschiedenen Dingen, vom Wachheitszustand beispielsweise und sind sehr wichtig in der Diagnose verschiedener Erkrankungen. Das EEG wird vor allem heutzutage verwendet zur Differenzialdiagnose und auch Diagnose einer Epilepsie. Das ist ja eine Erkrankung, die vom Gehirn ausgeht, bei der ganz spezielle Wellenformen dann sehr typisch für bestimmte Epilepsie-Syndrome sind. Und mit einem EEG kann man unter Umständen direkt sagen, dass eine Epilepsie vorliegt, beziehungsweise auch wie die behandelt wird. Auch da gibt das EEG sehr wichtige Informationen. Andere Störungen, die für das EEG zugänglich sind, sind Bewusstseinsstörungen. Das heißt, wenn die Patienten eben nicht wach sind, sondern schlafend sind, dann kann das EEG sehr viel Informationen zur Hirnfunktion letztlich aussagen. Das EEG ist von verschiedenen Dingen abhängig. Beim Gesunden. Das eine ist natürlich das Alter. Das heißt, das kindliche EEG sieht ganz anders aus als bei Erwachsenen. Und es ist sehr stark auch abhängig vom Bewusstseinszustand. Das heißt, wenn ein Mensch wach ist, dann hat er im Allgemeinen Alpha-EEG. Das heißt, die Frequenz der Wellen hat einen bestimmten Band zwischen 8 und 12 Hertz, sagt man auch dazu. Das ist ein normales EEG. Und wenn man zum Beispiel einschläft, dann wird das EEG langsamer. Und so kann man sogar die Schlafstadien, also der REM-Schlaf, wenn man sehr tief schläft, kann man mit dem EEG sehr genau festlegen. Und das ist jetzt auch der Unterschied zu den Smartwatches, wo irgendwelcher Tiefschlaf dargestellt wird. Das hat mit dem EEG natürlich nichts zu tun, sondern das geht dann nur um die Bewegung. Andererseits ist das EEG auch abhängig zum Beispiel von bestimmten Medikamenten. Es gibt bestimmte Medikamente, die das EEG beschleunigen, wie Alkohol beispielsweise. Und Medikamente natürlich, die das EEG extrem verlangsamen können, bis sogar zur Hirnaktivitätsstille. Das muss auch in bestimmten Krankheiten durchgeführt werden, wie schweren epileptischen Anfällen. Also Status Epilepticus wird das EEG dann so stark supprimiert, sagen wir dazu. Also unterdrückt, dass es fast nicht mehr ableitbar ist. Also das EEG ist ein tolles Instrument, um verschiedene Bewusstseinszustände, bestimmte Altersstrukturen und bestimmte Krankheiten zu diagnostizieren.